Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Dust, hier TDFLP, euer T-Ding am Start. Wir spielen wieder Dust. Wir haben letztes Mal... Ähm... Letztes Mal sind wir durch die Höhle hier gelaufen. Und sind in dieses Schlammdorf gekommen, oder wie das heißt. Und wir haben einen roten Resonanzstein bekommen. Aha. Und jetzt sollen wir hier irgendeinen Stock oder so einen Scheiß finden. Oder irgendeinen neuen Skill, damit wir durch irgendwelche Dinger rutschen können. Weil wir müssen in irgendein... Ähm... Zu irgendeiner alten Dame. Und die kann uns weiterhelfen, weil der See ist ausgetrocknet und... Naja, ihr wisst wie das so ist, wenn man kein Wasser hat. Dann ist das nicht best for fucking business. Dann, dann, dann... Dann, dann, dann... Seitenschritt in der Hocke verfügbar. Ah, Tatsache, ich kann da durchsliden. Zip. Yeah. Zip, zip. Cool. Zip, zip. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen den ganzen Weg, weil die mich eigentlich verarschen, die dreckigen Penisköpfe. Zip, zip. Zip, zip. Das ist ja witzig. Aber wo ist die Kiste, Mann? Ich habe ja doch vorhin so eine scheiß Kiste gesehen. Da, genau da will ich hin eigentlich. Leck mich fett. Wie komme ich zu dieser absolut behinderten Kiste jetzt? Zu irgendein Secret, ne? Komme ich nicht einfach so hin? Mann, ich will jetzt aber nicht 10 Stunden rumlaufen mit dem scheiß Secret. Das war nicht der richtige Weg. Ah, Trololololooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo Yay Haben wir Nein, wir haben nur drei Schlüssel What? You fucking kidding me You piece of shit Go fuck yourself You worth this piece of crap Ich habe nur drei Schlüssel Weil ich gay bin Das speichern Wollen wir erst mal Ist das ätzig, Leute Das ist also dumm Wieso bin ich gerade so stupid Oh fuck Go fuck yourself Why am I doing this shit? Oh my fucking god Oh my god Oh my god These spikes sind einfach behind me Fuck you Fuck you Fuck all of you Fuck you too Fuck you Fuck you Fuck you Das war's für heute. Wieso ist mein Controller ausgegangen? Okay, wenn wir jetzt nicht sterben würden, das wär so cool! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir sind richtig gut dabei! Holy Shit! Holy Shit! Holy Shit! Ich bin fast runtergefallen! Yes! 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 Fuck all of you guys! Fuck all of these fucking spikes! Fuck yes! 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 That's how we fucking roll! Holy Shit! Holy Macaroni! Fuck! Fuck! Yes! 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 Speichern! Yes! That's the bottom line! Cause Das said so! Yes! 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 Fuck all of you guys! Fuck you all! Habe ich das geschafft? Nein! Lass mich in Grube! Geh auf! Was geht ab, Bruder? Was geht ab, Bruder? Yes! Yes! Arrrr! Oh yes! Levelaufstieg! Wieso kriegt man für den Levelaufstieg kein volles Leben und Shit dazu! Also weil wir auch schwer sch- Sichern! Sichern! Blueprints! Blueprints! Ich bin einfach drüber geschwommen! Ich glaub das war nicht geplant! Guck! Von da komme ich, oder? Ja. Okay. Wow. Jetzt will ich aber Avalanche da in die Höhe. Erstmal speichern. Normal. Well fucking done. Oh, you're going down, bitches. Fuck you all, assholes. Get rekt. Oh, you're going down, assholes. Concentration. Wuh, bitches, ey, wir gehen richtig ab hier. Was kann ich anderes sagen? Was, dass wir die voll rasieren, die Typen hier. Oh, yes, mein Bruder. You're going down, assholes. Was geht der Oben ab? Der Oben schist. Eine Pressel habe ich gefordert. Oh, okay. Ah. 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 Oh shit. Oh yes. Okay, ich glaube, wir haben den schwersten Teil geschafft Was? Wie? Oh, Alter Zur Seite mit euch, ihr Lappens Speichern Oh, ich speichere so gerne das Spiel Alter, ich konzentrieren muss ich mich Guck mal, wie viele Spinnen hier sind Spinnen, ich bin auch so eine Spinne Ich bin so eine richtige Spinne Ameisen Spinnen Ich brauche Futter, ich brauche Leben Ich brauche irgendwas, ich brauche Mar Oh, ah Oh, really? Hä, aber ich muss hier hin, das kann nicht sein Okay, anscheinend komme ich da nicht hin Aber ich muss da eigentlich hin Und ich bin super confused Alter, das ist der Berg Gist Oh nein, das war so dumm Da habe ich mich jetzt echt kurz konzentrieren müssen Das war echt heavy Das war nicht so easy peasy wie ich mir das vorgestellt habe Oh, mir sind wir hin You bitches Fuck Fuck my life Holy shit Boah, hier sieht es doch schon wieder schön aus Ja, klar Er trifft mich Wat für'n Snipe So, wat? Wo sind wir? Wo müssen wir hin? Ah, halt's Ja, ihr trefft mich Ist, ist okay Wir müssen mich auch nochmal treffen Was wollt ihr da oben? Habe ich irgendwas, was mich hart healt? Spielst du behindert einfach nicht? Und wenn du willst Das ist einfach so fucking stupid, das Game Ja, ich bin Okay Okay K Ah, holy shit, dass man immer sein Gameface anlegen muss, um so etwas Dummes zu schaffen. Meine Fresse. Muss ich immer erst aufregen. Ah. Okay, wir sind wieder voll dabei. Können wir jetzt zur Dame am See kommen? Ja. Well done, well done. Ah, die Leute sind so süchtig bei CSGO Rumble, das gibt's gar nicht. Die gewinnen einfach die ganze Zeit Geld. Einfach so. Wisst ihr, Leute, die zocken einfach. Ach, ich setz mal 600 Dollar. Einfach so. Ich setz mal 1000 Dollar, ich setz mal 900 Dollar, ich setz mal 300 Dollar. Und dann gewinnen die. Aber dann, Gion, wenn man sagt, ey, yo, bro, hier, äh, kannst du mir bei McDonalds einen ausgeben. Von wegen so 9 Chicken Nuggets oder sowas. Dann sagt der Däger, nein, die kosten 6 Euro. Aber dann einfach mal so, Skins im Wert von, keine Ahnung wie vielen Euro. Von 300, 400, 600, 1000 Euro. Ach, ja, ich setz mal, wenn ich verliere, ja, Pech. Jo, Alter. Das ist die ganze Opfer mit ihrer, mit ihrer Skinsetzerei. Dann gewinnen sie 1000 und dann geiern sie auch noch. Da wollen die nicht mal Knife abgeben an gute Freunde. Ja, oder mal so einen schönen CSGO-Skin. So. Also so ein Asimov-Skin. Was kostet der? Die gewinnen da Sachen im Wert von 8000 Euro. Dann haben die ja insgesamt Inventarwert. Keine Ahnung, 8000 Patronen oder so. Und dann sind die sich zu schade, um einem einen 30-Euro-Skin zu geben. Verdammte Penisköpfe. Das ist richtig überhaupt nicht penitiös. Fuck! Wann bin ich gestorben? Ich hab ja voll auseinandergenommen, die Wichser. Was, was, schon, was, schon wieder hier? Hier war ich doch erst. Das haben wir doch schon hinter uns. Wat für ne Scheiße, Leute. Ah, scheiße auf euch alle. Kein Bock auf die. Ja. Okay. Ich sag, ich hab keinen Bock auf die. Dann hab ich keinen Bock auf die. Was für ne Scheiße, ey. Die Spasten da. Mich auf den CS-Gorn-Skin gewonnen. Warum gerade attacke ich den eigentlich? Scheiße. So. Ja, wir sind jetzt wieder fast da, wo wir vorher waren. Oh, natürlich fahle ich runter. Oh, natürlich fahle ich runter. Das ist einfach zu behindert für mich, glaub ich. Ach. Okay. Meine Pödelkahne. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich wieder überaus geil failen werde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid übel geil. Ja, ihr seid. Nein.